Herzlich willkommen zurück. In den bisherigen Videos haben wir Schritt für Schritt eine Strategie erarbeitet, mit der wir Flächeninhalte von krummlinig begrenzten Figuren durch Unter- und Obersummen beliebig genau abschätzen können. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir diese Strategien auf Flächen zwischen Funktionsgrafen und der x-Achse anwenden. Denn den Rand vieler kurviger Figuren können wir mit Funktionsgrafen beschreiben. Wir wollen jetzt also den Flächeninhalt Groß A zwischen dem Grafen und der x-Achse im Intervall a, b abschätzen. Schau dir dafür die Grafiken genau an und fülle die Lücken im Text. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Also gut, das Rechteck in der Mitte ist genauso hoch wie der kleinste Funktionswert von f in diesem Intervall. Und das Rechteck hier ist genauso hoch wie der größte Funktionswert von f in diesem Intervall. Und wie wir hier erkennen können, der tatsächliche Flächeninhalt zwischen dem Grafen der Funktion und der x-Achse in diesem Intervall liegt auf jeden Fall zwischen der Untersumme u und der Obersumme o. Also gilt, wie bekannt, auf jeden Fall u kleiner gleich a kleiner gleich o. Untersumme und Obersumme unterscheiden sich hier aber doch deutlich, weil sich der kleinste Funktionswert und der größte Funktionswert von f in diesem Intervall deutlich unterscheiden. Das heißt, wir brauchen hier noch bessere Strategien bzw. wir werden jetzt unsere Strategien anwenden. Wir zerschneiden jetzt die Fläche in zwei Teile und nähern sie wie zuvor durch zwei Rechtecke an, wieder fülle die Lücken im Text, nimm dir kurz Zeit, schau dir die Grafiken genau an und dann sprechen wir darüber. Also gut, wir wissen bereits, die Untersumme kann beim Verfeinern der Zerlegung nur größer werden. Das ist das, was wir erwarten und tatsächlich werden wir hier nicht enttäuscht, denn wenn wir hier durchschneiden und diesen Teil extra betrachten, gewinnen wir ziemlich viel Fläche für die Untersumme dazu. Also das hat schon einmal sehr gut funktioniert und auch augenscheinlich ist klar, dass diese Annäherung, also diese Abschätzung hier schon deutlich besser ist. Die Obersumme kann beim Verfeinern der Zerlegung wie bekannt nur kleiner werden und auch hier werden wir nicht enttäuscht, denn auch hier erhalten wir zumindest eine kleine Abstufung hier. Also wir verlieren doch ein Stück. Nicht so viel wie hier jetzt bei der Untersumme, also bei der Obersumme haben wir noch nicht so viel Land gewonnen, aber es ist trotzdem schon ein bisschen besser geworden. Das Intervall, Untersumme, Obersumme, in dem der Flächeninhalt auf jeden Fall liegt, kann beim Verfeinern also nur zusammenrücken. Das bedeutet, so wie gehabt, es kann nur besser werden. Der Unterschied zwischen Ober- und Untersumme ist uns trotzdem noch immer viel zu groß. Wir verfeinern jetzt die Zerlegung also weiter und schneiden hier noch einmal durch. Wir erwarten, dass wir den Flächeninhalt mit Unter- und Obersummen beliebig gut abschätzen können, indem wir die Zerlegung fein genug machen. Tatsächlich, wie wir bereits auch im Zusammenhang mit anderen krummlinig begrenzten Flächen bereits besprochen haben, klappt das? Die Funktion muss dafür ein bisschen was erfüllen. Tatsächlich sind die Ansprüche an unsere Funktion hier aber gar nicht so hoch. Also so wie hier steht, die Funktion sollte dafür zumindest keine großen Sprünge machen. Das sind aber jetzt schon Feinheiten, mit denen wir uns hier in diesem Videolernzyklus nicht viel näher beschäftigen werden. Es ist sogar so, dass diese Feinheiten auch in der Schule meistens nicht näher behandelt werden, weil die meisten Funktionen, mit denen wir in der Schule zu tun haben, haben so traumhafte Eigenschaften, dass wir uns darüber nicht einmal Gedanken machen müssen, ob das hier funktioniert.